Guten Abend, Eddie. Guten Abend, Venom. Hey, Mrs. Chen. Die Schokolade wurde noch nicht geliefert. Nein! Dann muss ich Mrs. Chen fressen. Du kannst nicht Mrs. Chen fressen. Was? Nichts. Ich bin ein Raubtier. Wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlingen. Oh, nein! Das ist ein roter. Du lebst in meinem Körper. Du hältst dich an meine Regeln. Das warst du nicht. Die beiden brauchen eine ernsthafte Paartherapie. Das warst du nicht.